Du hast einen Unfall gebaut und die Karosserie und der Lack deines Fahrzeugs sind beschädigt? Ist zwar ärgerlich, aber kann passieren. Um euch weitere Sorgen zu ersparen, kümmern wir uns um die komplette Schadenabwicklung. Wie? Zeige ich euch jetzt. Unsere Mitarbeiter sind auch in solchen Situationen für dich da. Sobald ein Mercedes bei uns eingetroffen ist, erstellt ein unabhängiger Sackverständiger ein Gutachten über den Fahrzeugschaden. Sobald wir die Einzelheiten mit deiner Versicherung geklärt haben, übernimmt unser Karosserie-Team. Dich halten wir natürlich während der ganzen Zeit mobil. Wir beheben den Schaden fachgerecht und verwenden dafür ausschließlich Mercedes-Benz Originalteile. So bleiben auch Gewährleistungsansprüche bestehen und der Wert deines Mercedes wird erhalten. Anschließend bekommst du ein Zertifikat, das dir die Umfallreparatur nach den Richtlinien von Mercedes bescheinigt. Zum Schluss bekommst du dein Mercedes repariert und frisch gewaschen zurück. Untertitelung des Zertifikat dich. Bis zum Schluss.